Die Diktatur im Osten konnte Mauerblümchen wachsen und so habe ich auch die Kultur verstanden. Und aus diesem Leben heraus, mit Keramik und Musik, kam irgendwann mal Katzer, das war so der Star-Komponist in der DDR. Der war zur Zeit mit Rose Gorks eine Malerin liiert. Die kamen zu mir und sagten, Leo, du kennst doch im Underground so viele Leute, wir suchen neue Musik. Katzer hat sehr experimentell gearbeitet, also hat sie steilen Verstingen selbst auf dem Schrottplatz Klänge zu suchen und zu machen. Aber letztendlich, und das haben sie auch eingesehen, blieb alles sehr akademisch. Also es wurde nur ein Teil des Musikalischen eigentlich befriedigt, aber nicht so die Begeisterung. Und deswegen dachten sie, ich könnte jetzt irgendetwas finden in diesen Undergroundkreisen. Wo er ja auch laut Lehrbuch alle Inspirationen entwickelt. Gut, ich losgezogen, ich kannte ja nun die Musiker, weil ich auch während der Berufsverbotzeiten mir Geld mit Technik und Kraftfahrer verdient habe. Sehr gut, problemlos, viel besser als in einer Fabrik oder nicht. Und ich hab versucht, irgendwie mit den Leuten zu reden und könntest, wir müssen mal was an und machen. Jeder Einzelne hat es auch irgendwie versucht, aber letztendlich, was auch nicht steht. Und bis ich auf eine stoßen bin, der erzählte so von dem, was ich vorhaben und was ich denke. Der hörte ja nicht lange zu, der dachte, komm, wir müssen anfangen. Dann haben wir Tonband genommen, Technik war ja kein Problem und einfache Technik. Und haben einfach was gemacht und das aufgenommen. Und er war so der Schlagzeugertyp, also der rhythmische. Und auch sehr, sehr kreativ. Und wir hatten sofort eine Aufnahme, die geil klang. Ob da man ja irgendwas gemacht habe, aber irgendwie kam da was zusammen. Und jedenfalls hatte ich Feuer gefangen und dann wusste ich auch, das ist der Weg. Nicht hier, komm, mach mal, sondern wir machen. Und in der Musikszene war dann so üblich, also jeder kannte ja jenen und so. Und wenn einer was gemacht hat, haben die anderen gleich über den Zaun gekickt und wollten und konnten mitmachen. In dem Fall waren wir sofort so sieben, acht Leute und das florierte auch mal der und der ja. Und haben dann angefangen, eben diese Art Musik zu machen. Und von den Aufnahmen her waren wir eigentlich immer begeistert letztendlich. Während des Spiels ist man sich eigentlich so sicher. Aber durch diese Reflexion, es war jedenfalls was, wo ein Reiz drin lag. Konnte keiner so richtig bestimmen, aber ja nun war ja, die fing die Wendezeit so an. Und mit der Musik sind wir natürlich dann aufgetreten. Und die, die da mitgemacht haben, waren alle in irgendwelchen Bands drin. Und die Bands haben auch ziemlich zusammengehalten. Es gab ja auch Rivalitäten, aber in zunehmendem Maße immer weniger. Ja, dann hat man doch verstanden, dass man zusammen was machen muss. Also jeder, der ein neues Instrument hatte, alle kickten und machten und ließen sich inspirieren davon. Und das dachte ich, das ist genau der Punkt, diese Musik kann was Neues entwickeln. Und bewegt hat es ja auch in der Kirche. Wir hatten auch Stratte, die Leute haben es angenommen, obwohl es fremd war erstmal. Das war eben nicht wie sonst der Blues von Andre oder von Trötzsch. Sondern es war was anderes und es hat da etwas losgelassen, laufen lassen. Und das war zu der Zeit auch angesagt. Und wir hatten natürlich Raphael, also der Kern war dann so Raphael Kriening, der uns da eigentlich drauf gebracht hat auf diese Musik. Und ich, also hauptsächlich Raphael und ich, wir haben philosophisch versucht dann auch die Maßstäbe zu setzen. Also sehr indianisch, naiv gemischt mit rationeller Denkweise. Und er hat immer Gedichte gemacht und dann gibt es ihm dann so, dass er für Deutsche verständlich sind und die Aussagekraft haben, wie er meint. Und ja, und dann haben sie Raphael einen Westen abgeschoben. Das heißt, wir sind dann alle hinterher. Also das heißt Kriening ist hinterher, ich bin hinterher. Also man hatte ja immer noch so einen Trumpf in der Hand mit Familienzusammenführung. Also ich hab ein Kind alleine großgezogen und die Mutter war am besten. Also brauchte nur hin zu gehen und dann, ich will jetzt mit dem Kind zur Mutter und bla bla. Und da kam sie überhaupt nicht ran. Ich brauchte überhaupt nicht hier. Ich mag den Staat nicht. Sondern tschüss Familie. Und dann sind wir einmal hin und her. Also das heißt, wir haben einmal die Ostler besucht und dann haben wir Veranstaltungen gemacht und Musik gemacht. Und versucht da was mit beizutragen an den ganzen Bewegungen. Und schneller, wie wir gedacht haben. Also keiner hat das je erwartet. Fiel dann die Mauer an. Und dann, da wir natürlich in den Kreisen der besetzten Häuser agiert hatten, dann hat man dort natürlich auch sozusagen eine konkrete Vorstellung. Was die Objekte besetzt daraus ist. Also im Osten haben wir auch besetzt. Aber wir haben das nicht so benannt. Wir haben es einfach reingesetzt und irgendwie klappt das dann. Die Bürokratie hat sich nicht weiter dagegen gewehrt. Ja. Und. Und. Aber. Äh. Ja. Wir wissen ja. Da saßen wir alle übern Plan hier im Osten. Mit André, Tatjana und so hoffentlich die Musiker dann. Also. Hier das Haus und das Haus und das Haus. Und ans Tachles, da hat noch keiner wirklich dran gedacht. Und. 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 Das war ja Kinokamera damals. Wie gesagt. Da hab ich auch meinen Filmverführerschein gemacht. Äh. Für die Akademie dann. Und. Deswegen kannte ich das Haus. Und. Und. Wäre auch gar nicht so drauf gekommen, das gleich zu übersetzen. Das hat sich eigentlich ergeben. Wir haben gemerkt am Eimer, dass wir einfach zu viel sind. Ja. Also das heißt für eine Band wird okay. Oder nur Veranstaltungen. Und. Ein bisschen so. Aber. Ähm. So drei, vier Bands dort. Und. Das gibt nur Kappelei. Und. Auf jeden Fall kamen wir dann auf die Idee der Tachles zu besetzen. Aber vom Westen aus. Das heißt. Im Osten hatten wir noch ja nicht das Tachles zu besetzen. Weißt du. Es war noch so ein bisschen das Wohnzimmerdenken. Ja. Also so ein großes Objekt konnte ich einfach keiner vorstellen. Weil wir davor immer ausgeschlossen waren. Und. Aber. Aber im Westen ging es ja schon. Wir hatten. Wir hatten. Wir hatten. So ein richtig links-autonom. Der dann auch in die Mainzer gegangen ist. Äh. Ehen Dieb. Äh. Raphael. Und eben. Krischer. Unsere Band. Ja. Und. Und. Wir haben dann einen Plan gemacht. Wie wir das besetzen. Und wann wir das besetzen. Und. Und. Am meisten Druck haben eben die Westen. Macht das endlich. Und. Es ist ja so. Ich hätte da noch ein bisschen gewartet. Aber. Haben wir uns zusammengetan. Mit den Ostmusikern. Und dann. Spektakulär. So mit Feuerbär. Und. Zeitung. Auch vorher angerufen. Und. 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 Da ging es dann mal ganz kurz. Wie. Wie nennt man das. Und. Äh. Fing gleich welche an. Mit. Kinokamera. Naja. Das ist zu wenig. Das. 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 Taht. Tachlis. Und. Nenn das Haus. Tachlis. Und. Und. Natürlich. Dann gleich in die Zeitung. Geschrieben. Das war so. Die. Geburtstunde. Aber. Unsere Band. Wir haben uns vorher schon. Tachlis. Das heißt, wir saßen mal zusammen in der Kneipe und André sagten, wie können wir das nennen, das ist eine Musikrischung. Und André, der doch so die Texte macht, also der hat so ein Sprachfeeling gehabt. Er konnte so bestimmte Dinge beschreiben, dass er witzig klang, aber unheimlich zutreffend. Und irgendwann sagt er, wir machen das Tachlis. Jeder sagt frei und ehrlich raus, ohne Umwege. Na ja, da haben wir uns Tachlis genannt. Und da wir das Haus besetzt haben, haben wir natürlich auch den Namen Tachlis genannt. Übrigens hat es immer ein Stock Kaffee. und wieder los auf die Hayatiens. Ja.